Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Virginia. Und ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Erst einmal ein fettes Dankeschön an alle, die die letzte Folge gesehen haben, mitverfolgt haben. Es ist auch schon eine große Unterstützung, auch wenn ihr keine Likes oder sowas reinhaut. Keine Kommentare. Es ist eine große Unterstützung, wenn ihr die Videos guckt. Dafür erstmal ein mega fettes Dankeschön. Und viel Spaß. Was machen wir mit dem Scheißtuch? Ist das unser Bier? Ist es nicht. Ja, gehen tun wir jetzt auch nicht. Ist, äh, ja, schwierig. Hallo? Nein? Okay. Aha. Ich verstehe. Wir lauschen ein wenig. Meine Augen sind hier oben. Der Wärsling. Ja, da siehst du mal. Ha! Oh, es ist dunkel geworden. Kann ich? Musik wird intensiver. Alles klar. Oh mein Gott. Habe ich Drogen genommen? K.O. Tropfen? Nein! Ähm! Mach es nicht auf. Das ist... Das gibt es doch jetzt nicht. Aber da war doch gerade ein... Da war doch... Hatte der mehrere von den Vögeln? Ich weiß es nicht. Ich bin, äh... Oh, wir sind gut. Yeah! Prost, ihr Säcke! Ach, Maria. Ich glaube, du bist doch ganz okay. Was hat es mit deinem Doppelnamen auf sich? Hm? Donnerstag. Guten Morgen, liebe Sorgen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Straßenlärm in der Ferne. Hey, was ist das für eine geile Wohnung? Oh mein Gott, haben wir bei Maria gepennt? Oh mein Gott, nein! Scheiße, unsere Aktentasche. Oh mein Gott! Ist sie auch gerade erst eingezogen? Wo sind wir hier? Was ist hier passiert? Entweder ist sie auch gerade erst eingezogen. Oder... Ey, ich will da hin. Ja Mädchen, das Schloss ist zu. Also... Äh, okay. Maria, Maria? Hä? Warum? Save our sister. Oder war das ihre Schwester, die beim FBI war und sie will das jetzt aufklären? Also jetzt unabhängig mit dem Poster da, aber... Ich weiß es nicht. Hieß ihre Mutter vielleicht auch Maria? Hier will ich wohnen. Äh, nein, will ich nicht. Ich weiß es nicht. Wer hat denn hier gewohnt? Oh, es ist noch warm. Es ist noch warm. Das auf dem Foto war wahrscheinlich ihre Mutter, ne? Ihre Mutter hieß Maria, dann hieß sie Maria und ihre Schwester hieß... Auch Maria? Was? Was rede ich denn hier? Ey, yo, komm, lass mich raus. Ey, yo. Ah. Dann nicht. Kurz sind wir hier drin auch fertig. Da können wir nicht hin. Gut, alter hat sie eine fette Bude. Maria, ich komme rein. Oh, stört sie anscheinend nicht. Denn sie ist nicht da. Gott, sind wir klein. Okay. Aha. Ja, schön. Schön, ich finde es toll, dass sie so viele Öl zischt in Bratpfanne. Höre ich nichts von. Gut, äh, hier sind Schuhe... Oh mein Gott, haben wir etwa... Keine Schuhe an, ja. Ich schwebe. Okay, Entschuldigung. Sind wir jetzt... Lesbisch? Hallo. Maria, Maria. Gut. Hier gibt es nichts. Können wir gehen? Können wir nicht. Wir frühstücken erst mal. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ja. Komm, wo bleiben die Eier? Ah, alles klar. Oh, ich kriege ein Doppel-Ei. Und warum kriegst du... Aber... Oh, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Was steht auf deinem Ding? FBI Academy. Alles klar. Haben wir das nur geträumt? Dass der Vogel da drin war? Waren wir so... Hallo? Ah, okay. Sie frittiert da irgendwie Pommes oder so. Sieht lecker aus. Gut. Wollen wir mal. Puh. Okay. Was ist das? Ach da. Nee. Hä? Ach da. Okay. Warum muss das jetzt nochmal da rein? Also ich kenne mich mit sowas absolut nicht aus, aber... Wahrscheinlich irgendwelche chemischen Reaktionen, ne? Oder so. Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, was dieses... Foto darstellen soll. Oder ich bin gerade einfach doof. Eine Kette? Ah, okay. Irgendwer ist irgendwo festgekettet. Und er trägt eine weiße Robe. So, Maria. Zeig mal her, was hast du da? Nein? Nein. Was ist das? Ist das der Vater? Der Pater? Alles klar. Erwisch, du kleiner... Kinderschreck. Okay. Ich mach dich fertig. Ach so. Ja, gut. Tschüss. Hä? Nein. Warum? Was? Ich hab noch... Hä? Aha, schon wieder? Junge, 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 Junge. Gibt's hier auch so'n... Spiegel gibt's hier nicht, ne? Ne. Äh, okay, wir können... Äh, okay, wir können... Hier war doch gerade irgendwas. Hä? Da. Doch, Feuerlöscher. Ne, aber... Was ist das denn? Was... ist das denn? Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Okay, wir können anscheinend nur hier rein. Und, wie läuft's? Nicht gut. Ach, das ist die Tussi eben von der Höhle. Okay, er hat wahrscheinlich irgendwas fotografiert und wurde deshalb entführt oder getötet. Er hatte ja in seinem Zimmer diese Kamera liegen. Aber die Box, wo haben wir die Box gefunden? In einem Schreibtisch und dem Vater. Ah, der Vater hat irgendein Scheiß gemacht und der Junge hat ihn erwischt, ne? Der Junge hat ihn erwischt. Tja, was anderes kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen. Da, siehst du? Da ist eine Kette. Es kann... Es ist bestimmt ein Bagger. Weil Bagger haben Ketten. Ja. Oh. Woher kennen wir... Ah, wir waren hier. Wir waren hier. Okay, mal weiter... Tja... Ist sie gerade da? Überhaupt nicht auffällig. Überhaupt nicht auffällig. Ich glaube, wir sind es noch ein bisschen dumm. Oh Gott, da ist jetzt bestimmt Schlafmittel drin. Bestimmt. Okay, wir warten jetzt wahrscheinlich auf den Pfarrer, ne? Vater, Pfarrer. Pfarrer, Pfarrer. So. Auf die Pfarrer Morgana. Ha! Okay. Schlückchen Kaffee. Schlückchen Sandwich. Warte. Ich bin... Warum das Militär? Warum das Militär? Was war da hinten drauf? Gib Gas! Jetzt. Bitte. Was? Aha. Was hat es denn mit... Was hat es mit dem Typen auf sich? Wirklich? Dem fährst du hinterher? Immerhin hat sie die Scheinwerfer aus. Schlaues Kind. Was wollen die beim Observatorium? Oh, sieht das schön aus, Alter. Aha. Officer Guni. Warum bleibe ich in meinem Auto sitzen? Was ist mit meiner Hand los? Hatte ich einen Schlaganfall? Hä? Bin ich... Ich... Okay. Gut. Wollen wir mal den Rüssel reinstecken, wa? Entschuldigung. Es tut mir leid. Boah. Boah. So. Fertig gerüsselt. Wunderbar. Ähm. Danke. Ähm. Das ist ja süß. Oh, nein. Ich glaube, wir dürfen den... Wies noch nicht behalten. Oh, ich glaube, wir müssen zu Fuß nach Hause. Maria? Maria? Ach, komm schon. Ah. Wir sind so dämlich. Warum haben wir die Akte immer dabei? Boah. Boah, sind wir dumm. Alles klar. Wir sind wieder auf dem Büro... Auf dem Büro, ja. Auf dem Weg zum Büro. Die ist neu, die lag da noch nicht. Oh, Mann. Scheiße. Warum? Boah. Ich weiß, wir sind Anfänger, aber... Ey. Wenn du es nicht zu Hause lassen willst, dann kauf dir irgendwie ein Safe oder... Was weiß ich, ein Bahnschließfach. Ein Bankschließfach. Nee. Na gut. Mal gucken, ob sie noch zu Hause ist. Äh. Ähm, ähm, bei der Arbeit. Ja, jetzt weiß sie also, dass wir... Sie beschatten und irgendwas... Ähm, danke. Lalalalalalalalala. Danke. Was hat er da aus seiner... Achso. Danke, dass... Danke, dass... Hallo? Ähm, was mach... was mach... Das Wald kommt raus, dass wir uns gegenseitig beschatten. Okay, das ist Marias... Bude? Das ist ein Würfel. Nein, mach ihn nicht kaputt. Okay, der Schlüssel ist das Amulett. Glaube ich. Es ist friday. Melancholische Musik. Heute müssen wir wieder selber bezahlen. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Hä? Heute müssen wir wieder Taxi fahren. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Heute schwelgen wir wieder in Erinnerungen. Gefällt mir gar nicht. Vielleicht sollten wir hier hinfahren und den Anhänger suchen. Das sollten wir tun. Hey, Pietro. Umdrehen. Umdrehen. Oder anhalten. Warum anhalten? Okay, umdrehen. Der gute Mann hat ja sonst nichts zu tun. Es ist sein Job. Das stimmt, ja. Vögel schnattern. Vögel schnattern. Schnatter, schnatter, schnatter. Schnatter. Alles klar, ich glaube, wir sammeln Blumen, oder? Professionell, meine ich. So, da ist ein Baum umgestürzt. Der stand letztes Mal noch, oder? In die Höhle können wir nicht mehr rein. Und wir müssen... Ich glaube, wir müssen da drüber klettern, oder? Der hätte ihn ja extrem weit weg geworfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne, anscheinend nicht. Doch. Wir klettern. Oder wir schieben den Baum weg. Also, das hätte man jetzt aber auch einfacher haben können, ne? Jetzt sah nicht der Licht da oben drauf. Ja, was ein Zufall. Träumen wir immer noch? Warum machen wir das? Sind wir ein bisschen dumm? Ein bisschen, oder? Oh, fuck. Aha. Jetzt sind wir tot und ein Geist. Buhu, Buhu. Okay. Kanalisation. oder Regenablauf. Wie auch immer. Wie auch immer. Dieser Ast wurde uns zum Verhängnis. Äh... Dabei wollten wir doch nur... ...den Anhänger suchen. Wir wollten ihr doch nur was Gutes tun. Tja. Sieht aus, als können wir erst in der nächsten Folge etwas Gutes tun. Für die Maria Maria. Ich sage wie immer ein fettes Dankeschön fürs Zuschauen. Super, dass ihr auch schon seit Anfang an mit dabei seid. Und... Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020